Damn plumber is the place to me Damn plumber is the place to me Damn plumber is the place to me Feel in touch Ich hätte, glaube ich, noch gar nicht zurückgemusst. Ich weiß aber nicht... Was soll er denn mit dem großen Baum? Ich war doch bei dem großen Baum. A tree with leaves ever falling has secrets too to keep One unlocks buried chest Another rests at searching the feet A tree with leaves ever falling Die können doch nur den meilen, oder? Aber auch nicht auf den Baum drauf Das ist jetzt doof Das ist doch jetzt wirklich doof Ich weiß jetzt ehrlich gesagt nicht, was ich machen soll Ich weiß jetzt ehrlich gesagt nicht, was ich machen soll Ich denke mal, das sind Mana-Getränke Ich denke mal, das sind Mana-Getränke Jetzt bin ich wieder ganz zurück Hier ist nirgends nochmal ein großer Baum Ever falling leaves So, der hier, der verliert die ganze Zeit Blätter Ja Ja Toll Secret key awaiting near Ach, ey Ach, ey Bin ich ein Hajo, oder was, ey? Guck dir das mal... Ey, jetzt komme ich mir ein bisschen doof vor Ein ganz kleines bisschen doof Ein bisschen doof muss sein Ein bisschen doof muss sein Ein bisschen doof muss sein Ohne Worte Jetzt haben wir einen Hammer Auch schön Können wir mit dem Hammer machen Können wir damit noch die restlichen Kristalle kaputt machen Oh In die Wand wollte ich es nicht Der Hammer des Tor Super So, ich weiß jetzt nur nicht, was der Hammer mir bringt. Vielleicht muss ich damit vor die Tür hauen. Auf den Tisch, zack, zack, essen. So, ich weiß jetzt nicht, was der Tür ist. So, ich weiß jetzt nicht, was der Tür ist. So, ich weiß jetzt nicht, was der Tür ist. So, ich weiß 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 nicht, was der Tür ist. mit zwei waffen kämpft man besser als mit einer ach hier brauche ich den hammer bestimmt ich höre schon wieder feiler alles klar da 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 Mann, jetzt sterb doch endlich, Mann. Schon ein kleiner Falger-Trick, oder, das so aus der Entfernung zu warten? Ach, wisst ihr was? Warum kann ich das nicht einsetzen? Ja, weg. Ach hör auf den da zu heilen du mein Satz. Aber mir tut langsam der Arm weh. Oh, tut mir der Arm weh ey. Oh, verfrucht. Und das Schlimme ist, wenn der jetzt erledigt ist, fehlt immer noch der Große da hinten. Ach, das wollte er mich aber verkacken, oder? Boah, mein Arm! So, mal andere Seite. Ja, man sieht, ich bin Rechtsfinder. Das ist tatsächlich wie an dem Mund halb. Ach, voll hell. Okay, ich dachte vielleicht ist das Mana. Was hab ich denn hier noch? Exo Mana aufzuladen. Scheiße. Oh ja, komm. Oh, fuck yes. Komm los. 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 Das ist also die Showlegs, Oskar. Oh! Soll ich auf mich treffe ey! Jungen! Jetzt tut mir aber auch der Arm weh. Ich habe jede einzelne Münze hier verdient. 1.700, meine Fresse. Mal eben entspannen. Oh, da ist bestimmt was versteckt. Hier kann man Feuerchen machen. Yeah, die Feuer von... Scheiße, wie hießen die bei Herderweger? Jetzt ist ein Portal angegangen. Oh, was ist das denn da? Der Heiben ist entdeckt. Kann ich nicht sehen. Ein geheimes Schiff? Heiho, heiho! Ja, bin ich mal gespannt. Was ist das da? Was für ein Portal ist oder was das soll. Oh, da ist noch nie. Steinchen! Ich kann auch mal wieder volle Mana gebrauchen. Zieh mal einer an, wo wir sind. So, jetzt kann ich mir das richtig schöne Sunforge-Sperr holen. Boah, ist das schön. End of Chapter 1. Wer sagt's denn? 36 Antode defeated. Drei heroische Tode. Acht von elf Ruby-Chillis. Oh, mir fehlen drei. Okay. Ach, und da kann man auch noch einen Erfolg frei schalten, indem man hier die ganzen Sachen anzündet. Anzündet die ganzen Fackeln. So, sehe ich ihn jetzt. Wunderschön. Wunderschön ist es hier. Das war's mal wieder mit dem Video. Wenn es euch gefallen hat, dann vergesst nicht, dass man mich abonnieren und liken kann. Außerdem könnt ihr mir folgen auf Facebook, Twitter und Instagram. Und das ist alles kostenlos.